Der neue Film von Postmortem Productions Ein grausamer Blutkult Ein Menschenopfer Die Verlesung einer unheiligen Schrift Erweckt die Toten Sie wandeln wieder unter uns Sie sind hungrig Und wollen dein Fleisch Ein paar entschlossene Freunde Setzen sich mit aller Kraft zu wehren Doch niemand entkommt den grausamen Folgen Vom Zombie Ritual Ein Film von Alexander Franz und Thomas Herr Mit Mitwirkung der Band Die Rache der Toten wird fürchterlich sein Aaaaaah 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 Aaaaaah